Musik Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil aus dem Erlebnis Zoo Hannover. Während wir uns hier im Yukon Bay befinden, möchte ich euch doch einmal die Gesamtkarte zeigen. Den grünen Weg sind wir im ersten Teil gelaufen und den roten Weg hier im zweiten. Nun geht es aber los mit den Timberwolfen und dazu wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Da es an unserem Besuchstag sehr heiß war, war für jeden an der Abkühlung herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Der chinesische Leopard hatte sich wirklich sehr gut versteckt. Bis zum nächsten Mal. Musik Wie in anderen Tierparks, Zoos oder Wildparks, wird auch hier im Erlebnis zu Hannover fleißig gebaut. Hier entsteht zum Beispiel eine neue Elefantenlaufhalle. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Auf dem Meierhof gab es für uns noch mal etwas zu futtern. Die genauen Preise. Bis zum nächsten Mal. 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 Und bleibt uns eigentlich nur, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.